Fotograf Tom Mennemann stellt scharf. Im Visier Steffen Karlath. Ein Ass im Zehnkampf und nebenberuflich Model. Zusammen mit Sportmodel Diana Pörstinger sind sie die aktuellen Gesichter von BMW Laufsport. Konkret in diesem Motiv geht es darum, dass wir jemanden haben, der aus einer Wasserflasche trinkt und das Auto im Hintergrund. Quasi die direkte Verbindung zwischen Läufer, was trinkt der und was verbraucht ein Auto. Dann Auftritt für den rein elektrisch betriebenen BMW Active E. Fans von BMW Laufsport erkennen das Führungsfahrzeug, das unter anderem beim BMW Berlin Marathon im Einsatz war. Wir dürfen die Kamera in der Sekunde, wo wir einmal angefangen haben zu belichten, einfach nicht mehr bewegen. Weil solange wir die Kamera immer da lassen, wo sie halt bei der ersten Belichtung stand, in der Sekunde kannst du halt einfach alle Komponenten, die du fotografierst über den ganzen Tag, die kannst du dann halt optimal übereinander legen und auch miteinander kombinieren im Rechner später. Vom Ergebnis der Shootings wird man sich zum Auftakt der kommenden BMW Laufsportsaison überzeugen können.